Ich weiß nicht, wer mich angerufen hat. Werder. Brad Pitt. Brad Pitt. Der Schauspieler. Aus Hollywood. Ja. Er hat dich angerufen. Ja. Was hat er mit dir geredet? Was? Was wollte der? Ich kenn ihn von früher. Du kannst doch nicht mal Englisch, wie kannst du denn mit ihm reden? Ich hab mit ihm Deutsch geredet. Brad Pitt kann Deutsch. Er kommt aus Wedding eigentlich. Er kommt nicht aus Wedding, Mann. Er kommt Naunerplatz. Ich war mit ihm früher an Naunerplatz gewesen. Willst du mich verarschen, Mann? Brad Pitt. Er ist Jugoslaw eigentlich. Brad Pitt ist Jugoslaw. Er heißt Bratislav Pitkovic eigentlich. Dein Ernst, Mann? Du quatschst immer so eine Scheiße. Was für eine Scheiße? Weißt du, was er letztens gequatscht hat? Er sagt, er hat Ice Cube getroffen. Und er sagt so, ja, ey, du musst bei dem neuen Film mitspielen. Du kennst doch Friday von ihm. Warst du nicht dabei, als er da war? Ich war nicht dabei, Mann. Was quatschst du wieder? Wo war ich denn dabei? Saßt du nicht neben mir? Als du gekommen bist, dich hingesetzt hast und mir gesagt hast, du hast Ice Cube getroffen? Er war da, als du dabei warst. Weißt du, was er sagt? Er sagt, der neue Film von Friday heißt, Friday das Gebet. Du hast die Scheiße immer quatscht. Du warst da gewesen, als wir da unten saßen. Du warst da. Wo war ich denn da? Wo denn überhaupt? Wo? 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 Dunkin Donuts? Welche Dunkin Donuts? Hier. Stoltenburg hier. Ja. Wilmy. Ja. Warst du nicht da gewesen? Du bist gekommen. Als ich klar gemacht habe, dass wir umsonst essen. An dir ist ein Schwarzer vorbeigelaufen, ja. Und du hast nicht klar gemacht, dass wir umsonst essen. Ich habe doch bezahlt, Mann. An dir ist ein Schwarzer vorbeigelaufen. Ibo hat gesagt, ey, der sieht aus wie Ice Cube. Ruf Ibo an, frag ihn. Ibo war dabei, ruf ihn an. Gib mal dein Handy, ich ruf ihn an. Ruf ihn an. Hm, du quatschst immer so eine Scheiße. Ja, ruf ihn an, ruf ihn an. Ich ruf ihn jetzt an. Das will ich sehen. Oder hören. Du musst dich sehen, Ibo wird ihm sagen. Hallo. Ibo. Machst du? Mal gucken. Bist du auf Arbeit? Hey. Du warst auch dabei. Guck mal, wir sind gerade mit Achim reden, ja. Waren wir unten. Waren wir letzte Woche. Hast du gesehen, dass Ice Cube da war? Musst du ihn? Ja. Hast du gesehen, dass Ice Cube da war? Hallo. Hallo. Er sagt, nerv mich nicht und hat einfach aufgelegt. Er ist auf Arbeit. Gib her, ich ruf ihn an. Gib her. Gib her, ich ruf ihn an. Mach Lautsprecher. Ich mach Lautsprecher. Ruf ihn mal von deinem Handy an. Mein Handy legt gerade. Ruf ihn mal von deinem Handy an. Warum glaubst du mir nicht ein? Na, als in der Bibliothek schlichter. Wann ist das mal aus. Die Bibliothek.